Es braucht so ein Event wie die Mannsein-Konferenz, weil ich davon überzeugt bin, dass unser einsames Wolf-Verhalten als Männer vorbei ist. Also hier treffen sich Männer, die unter Brüdern, unter Vätern, unter Menschen zusammenkommen, um miteinander zu lernen, zu erleben, zu gestalten. Und gerade in unserer Zeit, wo wir doch schon irgendwie mit Arbeit, mit Funktionieren, mit Leistungen häufig als Einzelkämpfer beschäftigt sind, so durchzukommen, ist gerade so ein Event total wichtig, um den Halt und die Kraft in der Gruppe als Männer zu spüren. Und das hat einen unglaublichen Wert für jeden einzelnen Mann. Also komm her, komm zu diesem Event und rei dich mit uns ein in dieses tolle Verhältnis von Männern.